Unterschiede zwischen Thermodirekt- und Thermotransferdrucksystemen Informationen, wann Sie zum Etikettendruck den Thermodirekt- oder Thermotransferdruck einsetzen Thermodirektdrucker für den vielseitigen Einsatz Worin besteht der Unterschied zwischen Thermodirekt- und Thermotransferdruck? Im Gegensatz zum Thermotransferdrucker benötigen Thermodirektdrucker kein Farbband sondern drucken direkt auf ein wärmeempfindliches Papier Beachten Sie die einfache Handhabung beim Thermodirektdruck Hier sehen Sie eine Anwendung mit einer Traktorführung Dazu müssen Sie nur Papier einlegen Den Druckkopf schließen Und schon können Sie mit dem Druck beginnen Thermodirektdrucker bekommen Sie in zahlreichen Ausführungen Als Desktopdrucker für den geringen Platzbedarf Als Profidrucker für viele Aufgaben Thermodirektdrucker nutzen Sie zur schnellen Ausgabe von Postkarten Und Adressetiketten zum Beispiel mit Data Matrix Code Für GS1 Transportetiketten Etiketten mit Mindesthaltbarkeitsdatum Zur Farbe und Kennzeichnung in der Logistik Und viele weitere Aufgaben Verschenken Sie keine kostbare Zeit Sprechen Sie gleich mit den Spezialisten der SAS-Datentechnik Gerne sind wir Ihr kompetenter Partner für den Thermodirektdruck Hier ein paar Informationen zum Thermotransferdruck Müssen Ihre Etiketten in ein paar Jahren noch lesbar sein Wählen Sie den Thermotransferdruck Für Thermotransferdrucker gibt es viele Anwendungen Von der Kennzeichnung im Außenlager Über Typenschilder Lageretiketten PVC-Sticks Bis hin zur Kennzeichnung von Autoreifen und Elektroteilen Auch von der Lebensmittelindustrie Bis hin zur Pharmaindustrie Sind Thermotransferdrucker nicht mehr wegzudenken Thermotransferdrucker bekommen Sie primär Mit 203, 300 dpi und 600 dpi Bildauflösung Achten Sie bei der Auswahl Ihrer neuen Thermotransfersysteme darauf Dass der Wechsel der Thermofolien für Ihre Mitarbeiter einfach und bequem ist Umso länger die Farbbänder sind, die Sie einsetzen können Umso höher ist die Effizienz Ihres Etikettendrucks Der Wechsel von Thermotransferfolien und Etikettenrollen Muss in wenigen Sekunden erledigt sein Thermotransferdrucker für Industrie und Logistik sollten auch stabil und robust sein Wenn Sie Fragen zu Ihren Aufgaben und neuen Druckern stellen möchten Sind wir dafür gerne Ihr Ansprechpartner Sie haben Fragen zum Thermodirekt- und Thermotransferdruck Zum Beispiel welcher der externen Aufwickler Ihnen mehr Nutzen bringt Ob Sie besser für Ihre Aufgabe eine Schneidevorrichtung als Guillotine Oder als selbstreinigendes Rundmesser wählen Ob Sie die Spendeverrichtung mit einem Rewinder für das Trägermaterial einsetzen Oder ob die Druckleistung Ihres ausgewählten Drucksystems auch Ihrer Aufgabe entspricht Fragen Sie uns, welche der zahlreichen Harz- und Wachsfolien für Ihre Aufgaben geeignet sind Stellen Sie uns Ihre Fragen zu Etiketten und Farbbändern für Textilien, für Lebensmittel, für den Druck von Tickets oder Typenschildern Fragen Sie uns, welche Barcode-Richtung für Ihre Druckausgabe besser ist Auch informieren wir Sie gerne, mit welcher Software Sie Ihre Etiketten und Barcodes generieren Oder ob Ihnen eine Foliensparfunktion wirtschaftliche Vorteile bringt Thermodirektdrucker und Thermotransferdrucker erhalten Sie in unterschiedlichen Druckbreiten und Größen Sie erhalten die Geräte schon ab 56 mm Druckbreite Oder mit 104 mm Als Industriedrucksystem mit 4 Zoll Mit 6 Zoll Druckbreite Bis zum Industriedrucksystem mit 8 Zoll Druckbreite, was einer A4-Seite entspricht Sie können entweder unter Windows Bild für Bild übertragen und drucken Oder alternativ mittels einer Programmierung und oder einem schnellen Prozessor in Nennleistung die Daten ausgeben Wenn Sie sich zwischen einem Flathead und einem Near-Edge-Drucksystem entscheiden möchten Entscheiden Sie sich für das Gerät mit der besseren Wirtschaftlichkeit Das Team der SAS Datentechnik AG berät Sie gerne, wie Sie Ihren Etikettendruck optimieren Sprechen Sie einfach mit uns und stellen Sie uns Ihre Fragen Sie möchten mehr zu den Details wissen und oder planen eine gleiche Anwendung in Ihrem Haus? Kontaktieren Sie uns Kontaktieren Sie die SAS Datentechnik Von der SAS Datentechnik erhalten Sie alles aus einer Hand Hardware, Service, Support, Verbrauchsmaterialien sowie Thermotransferfolien und Etiketten Darum SAS Datentechnik Bis zum nächsten Mal Ekstabiert